Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Haus mit Yenteke. In welchem Haus, Mervin? In Big Brother Haus? Mhm. So, jetzt hab ich den Pisser mal genommen. Ich will den wenigstens mal einmal spielen hier, den Basti. Schwimm mir, denn wir schwimmen mir reicht sicher, ne? Oh fuck, den wollte ich nicht haben. Auf geht's. Füße mir eine Runde. Füßen? Ach, du füßt, okay. Dark Eagle. X, X, Dark Eagle, X, X. Du hast X-Vergessen. Jetzt musst du's nochmal sagen. X-X. Großes X, Dark, Groß-Igel. Großes X, Unterstrich, Kleines X. Sehr gut, ey, ne? Den Bino-Gefahrgut-Behälter sogar liefst. Danke. Ich geb mir viel mehr, Mervin. Ich geb mir viel mehr. Nur das Beste von seinem Kanal. Die sind hier unten. Ja, wow. Ich fahre durch diese Lücke da rein und genau in der Sekunde, wo ich den Gegner sehe, kommt mit der Jammer da platziert. Ja, aber Yannick, es ist so süßes Haus. Also, ne? Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt, was dieses Symbol vom Jackal irgendwie darstellen soll. Das sieht nämlich aus wie so ein Tipp-X-Maus. Das ist so ein Auge. Das ist ein Tipp-X-Maus, Mervin. Die Kamera, die er da positioniert, ist richtig sick. Du korrigierst das Leben von dir mal, Mervin. Hm. Und löscht ihn aus. Tja. Ich werde jetzt richtig safe da rein füllen. Man muss gleich Incense sterben, weil jemand aus dem Fenster umguckt. Ja, wie immer. Da schießt schon irgendwie. Ja, mal keine Fetschern, ja. Deswegen, es ist for use, es ist für Thelmaid und die komische, die Bana-Foxe haben. Aber Hauptsache kein Thatcher. Hat das auch nicht irgendwelche Nachteile, wenn ich mit dem komischen Visier da rumlaufe? Ne. Tatsächlich nicht. Ja, du kannst halt gejampt werden, ne? Ja, dann mach ich halt auf. Ja, ja. Aber sonst eigentlich nicht, ne? Aber es ist halt nicht so dieses, äh, typische, keine Ahnung, ich bin natürlich langsamer oder whatever. Ne. Oh, gar, ich hab mich verletzt. Und nochmal rein füllen. Ey, Junge, ich hab einen ungefähr jetzt schon zwölfmal angefragt oder so, was ist das? Ach so, und der andere krieg den Kill. Na los. Kann ich denn eigentlich verletzten, den aber jetzt nicht getötet haben? Ich wechsle schnell Magazine. Oh. Fuck. Oh, warum sitzt der? Mann, wer hat mich denn angeschossen, Mann? Ich hab' meinen Mate angepattert worden oder so, das ist überhaupt kein Synergie. Er hat zwei Leute gekillt, er hat dich angeschossen und unser anderer Mate. Oh, den, den, den Wug, den hab' ich so schön getötet, Mann. Was? Ja, aber, weißt du, da standen halt Becher bei der Mirror und die machen halt einfach 100% Damage, äh, Block. Ja, normal. Ist echt auch so. Besser dich im Krieg, die große Becherbarrikade von 1945. Mervin, das ist, das ist, die Dinger werden benutzt, du weißt aber, diese Stacking-Chap hier, die wir so ganz schön die Becher so aufbauen können nebeneinander, die werden dafür benutzt, weil die können am schlechtsten die Barrikade errichten. Ja, das hätte jetzt nicht gedacht, aber. Ist es. Man, warum, was, er muss ja ja so oder so runter und rein. Er kommt da nicht durch, ich bin voll Gott. Ich hab' jetzt auch nicht gerechnet. Der andere muss reinkommen. Er ist an der Tür. Er hat 50 rechts. Er hat 50 HP, nicht mal. Was? Er hat eigener Druck getötet. Ja, sie hat ihn halt schlecht geschossen an der Stelle. Ja, wer hat sich, ach so, da, guck mal, die hat, wurde noch geheilt vorher. Teilenbar, war das blaue Ding, äh, hä, oder? Was blaue Ding da, war, war, war... Ne, das war ein Bug. Der, äh, Doc war schon lange vorher tot. Was hast du denn? Ach, wir haben Mute, das ist gut. Ich nehm' mir'n Doc hin. Doc. Kopfschmerzen hab' ich ein bisschen, aber es geht's. Kopfschmerzen? Ja, so ein bisschen, so obendrauf, keine Ahnung, aber, also, getrunken hab' ich heute auf jeden Fall genug, ich hab' halt irgendwie, ein Liter Spreit noch getrunken und, keine Ahnung was. Das war voll, das war voll der Süßkram. Ja, 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 trinken ist es trotzdem, er will. Ja, aber du kannst auch von, zu viel Süßkram Kopfschmerzen bekommen. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. So, wenn der Mute ist nicht ganz dumm ist, was er scheinbar ist, will der einfach hier vorne die Dingens anbringen, dass man hier die Teile hier nicht aufmachen kann. Und dann kannst du nämlich easy durchschauen. Nein, hallo Jan, du guckst da, der muss halt hier den Jammer hinstellen, damit man das Ding nicht findet in dem fucking House. Das ist schon gefunden worden. Ja, aber halt als Ironie, ne, weil es halt so schwachsinnig ist, das ist dafür. Oh, guck mal, da vorne läuft einer. Voll die Gaffer, ey, so. Ja, guck's dir an. Wow, wow, weiß. So, geh, geh, glätt. Ich guck raus. Boah, zielen, ey. Kann nicht hielen. Bede? Kann nicht hielen. Bleib mal stehen. Sag mal. Ich denke nach hinten ab. Warum werde ich von drinnen beschossen? Oh, wow, wow. Ist es da auf? Bitte? Oh ja, es ist da auf. Wow. Das ist der Thermomage. Ja. Mission gescheitert, eigener Operator bezeichnet. Ja, ist ja kein Leben mehr, ne? Ja, aber das wird ja wie du was... Du Mann, stellst du einfach draußen in die Garage absichern. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und so bist du wieder von drei Seiten offen, ne, aber... Die fucking G einfach nur. Du nimmst den, dann nehme ich jetzt mal die Hibana. Dann können wir da easy, easy offen snacken, ne? Ja, aber ich weiß nicht, warum wir Sledge und Esch haben. Vor allem hier ist es ultra unnötig halt. Auf die Gesundheit, auf die Entfernung auch mal auf die Gesundheit. Ich hab leider keinen Labello, der irgendwie Geschmack hat oder sowas, da wenigstens halt irgendwas schmeckt. Ich hab der, der ist... Ich hab vielleicht einfach nur noch Fett oder so. Ja, aber ganz ehrlich... Ich hab gar nichts wirklich. Wenn du halt Geschmack hast, dann willst du irgendwann auch den Geschmack halt nicht mehr haben. Ich hab halt auch eine lange Zeit lang so'n Erdbeer-Labello gehabt und das ist halt... Das ist diese, glaub ich, wieder unten. Nein, natürlich nicht. Also nicht im gleichen, die sind nicht in der Garage. Okay. Einen da drüber sind die... Ne, dann sind sie ganz oben. Dann sind sie ganz oben. Ja, wir sind so ganz oben. Ja, ich hab schon grad gehört... Ist das ein Jammer? Ja, das ist ein Jammer. Ich hab versucht drüber zu springen, aber er springt halt nicht. Ähm... Ich wollte... Also zum Beispiel Bianca hat so ne... Nicht so ne... Sie hat ganz... Sie hat ja sehr viele Labellen aus, aber sie hat auch so ne... Wie nennt man das? So ne... So ne... Butter oder wie das heißt. So ne Lipbutter oder irgendwas. Keine Ahnung. So ne Ding hat sie. Und das... Das hatte ich mal benutzt. Und das hat irgendwas mit... Mit Vanille oder sowas hat... Ist da mit Rauchen. Das ist ziemlich cool für die. Das schmeckt... Das ist echt gut. Ähm... Dass ich das ein paar mal benutzt, um mir dann zu denken... Schon direkt... Boah nee... Voll ätzend... Ich... Ja, ich nehm sowas ja kaum. Ja, stimmt. Und bei mir wird's nicht so extrem sein, glaub ich... Dieses... Man kann's nicht mal sehen, mäßige... Sind die da rechts in dem Raum mehr drin? Da, wo ich drauf schieße? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass die hier links sind. Achso. Hier ist auf jeden Fall ein Fenster auf. Ja, ja, pass auf. Rechts hat einer das hinter dir das Fenster auch gemacht. Ich treff ihn dreimal und er stirbt nicht, Mann. Er hat noch 40% halt in diesem... Einmal hinten durch halt. Und du stehst durch das Fenster... Und dann am Gang der hinten... Einmal hinten durch. Da. Ne. Ist halt auch so dumm an der Stelle tatsächlich, dass du von der Sniperposition aus nicht den gesamten Gang halt abdecken kannst. Ist halt zu dumm gemacht. Du läufst halt... Springst halt rein und bist halt einfach komplett offen. Hm. Ich hab ihn halt auch drei oder viermal bestimmt getroffen. Ist halt... Sitz hier einer. Drohne unterwegs. Wechselmagazin. Ach, da oben. Wow. Ernsthaft? Hm. Ernsthaft? Da sitzt einer. Ist das dein Ernst? Oh, jetzt ein Döner. Jetzt ein Döner war echt zig, Mann. Oh, verrückt. Boah. Der Typ hat nichts mehr gehabt, Mann. Ja. Ja. Eigener Druck neutralisiert. Toll. What? Erstmal runter droppen. Komm, das holen wir noch. Wir gewinnen jetzt noch 5-3. Was spiele ich? Was spielst du? Ich spiele wieder Doc. Ich spiele wieder die geile Mirafotze, ey. Ich blick halt wegen der Watt über... Die guckt aber so richtig stunt, ey. Guck dir mal das Bild an. So. Ähm. Ja. Muski da. Die schaut schon wie so eine krasse, krasse, krasse halt. Na, die klaut irgendwie so voll komisch. Ja, eben. Wir haben halt wieder keinen Mute oder sowas. Ist natürlich nice. Ich verstehe auch nicht, warum wir hier auf der Map bei Kavira haben. Ist halt so unnötig auf der Map. Ja, die Map ist so klein. Ich sag dir, es wird eh irgendwo einen Bug geben, dass man ihn durchschießen kann. Wobei, mein Tipps. An dem Fenster. Irgendwo wird sowas sein. Ja. Wahrscheinlich so irgendwie an den Kanten oder so. Wenn man so schräg da durchschießt oder so. Wahrscheinlich irgendwie so ein ein breiter... Boah ey. Ich versuch's gerade. Oh Gott. Oh. So. Tja. Das Fenster ist aber auf und ich hab's aufgeschossen. Jo, danke. Das ist der Grund, warum die nicht durchgegangen sind. Easy Vector. Easy Line. Ich guck halt die ganze Zeit in die Richtung. Das ist halt so geil. Ich guck die ganze Zeit da hin. Und dann guck ich halt nach rechts. Und dann lauf ich halt in sein Bild rein. Einfach nur. Weißt du, der guckt die ganze Zeit nach oben und der guckt halt ganz zufällig in die Richtung, man. Also er war halt links so gesehen. Ja. Also direkt vor deiner Tür. Vor deinen Garagenturen. Ja. Geil. Was machen die Mails? Ja, die laufen halt durchs ganze Haus einfach nur. Das stemmen halt alle. Der andere stirbt jetzt auch gleich. Einer könnte von hinten gleich kommen. Achtung. Ne doch nicht. Nicht von hinten. Nicht von hinten. Schönen. Einer war auf jeden Fall drin. Kommt aus der anderen Richtung. Schön. Und dannesschauen. Fagos Behälter ist unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Oh. Die Spieler verbleibt die Gegner sichern den Behälter. Die Spieler vor 20 Augen. Kann er ihren Behälter zu sichern. Weitere Zugriff auf den Beih seraitern. Beweir. Missions gescheitert. Heiden Operator gefallen. Das ist fucking das Game. Ich konnte aber das Schild nicht springen. Ich habe ja die ganze Letzte gespremd dann. Ich konnte aber nicht drüber springen. Ich bin in der Stelle in der Ecke da. stecken. Was ist das bitte? Also komm, das war wirklich realistisch schaffbar für mich. Ja, war es halt auch. Es war halt jetzt eigentlich. Na gut, eine kacke Fälder am Ende. Wir bedanken uns, wirst du schauen. Sinn, haut rein.